Lifter Der Lifter kräftigt die Arm- und Beinmuskulatur. Durch das abwechselnde Training der Streckmuskulatur der Arme und Beine werden jene Muskelgruppen aktiviert, die für das Aufstehen und Abstützen unerlässlich sind. Zudem werden die Beugebewegung der Arme sowie Hebe- und Trageaktivitäten in puncto Kraft und Koordination verbessert. Die trainierten Muskelgruppen befinden sich an den Armen, an den Beinen und am Gesäß.